ja ich mache jetzt wieder gleich war videos ich habe ja wieder internet okay ich bin jetzt auch in ein turnier bei getreten war nicht einfach zu finden ich hab vielleicht so ein zweimal gespielt einmal habe ich gewonnen und einmal verloren ja hier bin ich 127 ich würde gerne weiter spielen aber das liegt weil ich am meisten nur nachts aufnehmen ja da habe ich irgendwie mehr ruhe und so und das blöde ist ich bin ganz also richtig neben ein elternzimmer das finde ich sehr blöd weil die können mich ganz leicht hören und ihre ihre bett ist richtig nebeneinander also ja ich kann nichts dagegen tun ich möchte den nicht aufwecken ja jetzt konzentrieren wir uns mal auf gleich roll okay das hat jetzt gar nichts gebracht und ich würde stehen da also den eismager und den hexen also klein dass sie geliebt werden das ist nicht gut aus hat ein riesigen vorteil okay ich werde doch gewinnspiel und so machen aber das kommt nur wenn ich ja mehr abos und so erreiche okay dann muss da drauf unsere tomate das jetzt blöd ich muss ich habe aus versehen jetzt gerade den falschen deck also das ich bemerke ich erst jetzt eigentlich wollte ich nicht mal mit diesem deck hier spielen aber es ist nicht so aus versehen passiert okay krass ja genau darauf gemacht okay ich habe es keine andere weil zu verteidigen alter wieder defensiv spielt ich bin bisschen angepasst weil der richtigen spiel spielt ja ist klar gewinnt jetzt bringt eh nix viel okay ich überlegt noch ob ich paar clash of clans videos mache weil ich merke ich habe seit lange keins mehr gemacht okay jetzt machen wir das richtige deck ich brauche noch irgendetwas zum tanken machen das hier nein 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 könnten wir eigentlich den hexengut gebrauchen ich weiß nicht viel versuch mal so machen wir jetzt den gratis truja wenn jetzt kein joven kommen dann habe ich epische ich habe schon mal gedacht ich werde doch vielleicht noch weiter im video machen wo ich abgabe im abgabe video mache also ich würde mir so hier bei james und dann werde ich ja mir richtig gut und eigentlich will ich mir 100.000 gold holen und dann sachen abgehören die ich wirklich brauche jetzt zum beispiel zum beispiel den bomber oder den ritter oder die beiden hier die werden gut wir hoffen das ja ok wir haben eins gefunden hey ist das nicht der dem wir gerade gekämpft haben ich denke warte so ein muskel auf links oder rechts machen wir warten mal kurz so was jetzt ist jetzt gar nicht okay dann machen wir das gleich die folge senden wie die brennen nein der hat alles versaut kann ich auch machen ja wenigstens hat hexe ist tot ich kenne einen trick ach nö ey komm komm ach nö mein schwänerräter ist am arsch das ist scheiße dass er früh ist hat das ist nicht gut ich glaube er hat hockweiler kann sein ich weiß jetzt nicht so ganz ich werde mal den hier so machen damit ich ein bisschen mehr elixier bekomme jetzt setzen wir den ich glaube vielleicht heute wird ein video kommen also den clash of clans 2 ist ja schon heute geworden noch sieben minuten dann ist fünf uhr morgens ich bin nicht müde leute ich weiß selber nicht warum ja leider müssen wir jetzt den dorthin packen was nicht so gewollt ist ja clott hmm dann sind wir jetzt so zusammen hier dann sieht's подт HERE jetzt kommt's leche will der mich verarschen alter fahrst du mich nicht will der mich verarschen ich glaub es nicht was wenn du ich glaube ich mach mal auch ein fuß rein weil der hat mir vorher auf eine idee gebracht keinen coolen cd das nie warte wenig noten wir nehmen wir das hier Das darf man, wir brauchen einen der Tank, den riesigen, sollen wir Feuerball weg machen? Machen wir, sieht ein bisschen teuer aus, wir versuchen mal, mal sehen ob es klappt. Ich bin müde, ich kann aber nicht schlafen und das ist jetzt bloß im Blick. Ähm, irgendwie ist es jetzt ganz schön komisch. Also was soll ich hier? Ach egal, bei Tunnel filmen wir jetzt gerade ganz. Ich habe einen Nintendo gerade neben mir. Ich habe einen Nintendo 3DS. Ich habe so Mario Kart 7, ich habe, wie heißt es, New Super Mario 2, ungefähr so heißt es. Ich habe das schon durchgespielt, 20 mal. Ähm, ich habe 1 Million Münzen geknackt, das ist auch gut. Ähm, ja. Okay, jetzt, das ist ein bisschen blöd. Ähm, ich könnte vielleicht auch ein paar Aufnahmen machen. mit dem Super Mario Bros. 2, Luigi Mansion 2 oder so, keine Ahnung. Ich bin einfach jetzt so da drauf gekommen. Ich könnte es rein theoretisch so vielleicht machen. Oha, wir sehen nach vorne geflogen ist. Soll ich mal machen, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Soll ich mal vielleicht ein paar Aufnahmen von Nintendo und so machen? einfach so. Ich hab gerade mir meine Hand, also auf meine linke Hand, meine Nintendo. Hallo? Ja, das machen wir jetzt zu. Ähm, ja, ich schaffe ihn jetzt nicht durchzukommen. Warte mal. Da. Ich wusste es. Ach ne, ich dachte, der wäre noch da. Okay, komm ey, jemand, du kannst mich jetzt nicht so krass verarschen. Junge, ich schau mal kurz an. Ey, was setzt du so alles? Hä? Das ergibt keinen Sinn? Wie kann man so viel auf einmal setzen? Das ist viel zu teuer. Ohne Witz? Junge, das ist viel zu teuer. Hä? Hä? Das ist, äh, hä? Junge, das ergibt keinen Sinn. Junge, wir haben verloren. Junge, das ergibt keinen Sinn. Oha, wieder krass. Hä? Das hat wirklich keinen Sinn ergeben. What the fuck? Oha, wie viele Pokale fahrst du mich nicht? Ähm. Das hat wirklich keinen Sinn ergeben. 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 Nein, nein. Das ist viel zu gut dafür. Wie geht das da? Wie viel suchen wir? Ist egal, wenn ich außer der Arena 7 bin. Weil, ähm, ich hab schon Sachen, die ich schon von Arena 7 habe. Ähm, mir fehlen eh nur zwei Karten von Arena 7. Das ist einmal die Prinzessin und Wächter. Aber ist egal, ich brauch die nicht. Weil, naja, Prinzessin geht und Wächter, ne. Die stehen viel zu schnell. Okay Junge, äh, musst du nicht überdrehen, ja. Ach komm, schon wieder so ein Lappen. Ey, jetzt wird er sterben. Das war mal scheiße. Mann, das kotzt wirklich. Ich hab nicht mal ein, warum lacht er so hässlich? Ich hab nicht mal ein, scheiß Schaden. Mann, das frisst auch, ey. Langsam geb ich auf mit Clash-Reihe, äh, Clash-Reihe ohne Witz. Das regt auf. Was? 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 Ich hab nicht mehr. Was? Ja, komm, komm, okay. Jetzt hast du keine Chance. Ich mache hier 4-fache Schaden, du. Boom, Alter. 900 habe ja schon fast so viel schauen wie die funky nur bloß zwei oder 300 habe hier unterschied ich dachte gerade schon okay dann tun wir schon weg ich mache mach doch er wird da hundertprozent hinsetzen ja guck nein komm 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 ich will jetzt nicht verlieren ich habe jetzt keine lust da drüben ich kann nicht sitzen ja junge willst mich verarschen soll ich leute das fluche ohne witz das regt auf boah ey wer hat auch immer diese internetprobleme also ich stehe auf junge ey das regt auf guck mal was für niederlagen hier niederlage niederlage was ist das wie viel niederlage ich bin aufnahme begonnen habe also ich meine so gestern guck mal hier war alles siege sieg 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 und dann so niederlage 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 boah alter ich bin psycho nicht passt aber ernsthaft was ist das man muss wirklich ausrasten naja ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr dann lasst ein abo und dann legt da haut rein leute bis bald und bei bis bald